Herzlich Willkommen zu den SHK TV und Nachrichten, heute mit diesen Themen. Großhandel und Handwerk intensivieren Zusammenarbeit. Delabie präsentiert erstes Designmagazin. Rot expandiert in Nordeuropa. Förderaktion für vollelektronische Durchlauferhitzer verlängert. Und EDE schaltet neue Nachhaltigkeitswebsite live. Der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik und der Zentralverband Sanitär, Heiz und Klima trafen sich in Berlin, um eine Zusatzvereinbarung zum bestehenden Kooperationsvertrag zu unterzeichnen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass der DG Haustechnik die Nachwuchskampagne »Zeit zu starten« des ZVSHK weiterhin aktiv unterstützt. Auch soll die Datenqualität innerhalb der SHK-Branche weiter verbessert werden. Dies betreffe insbesondere eine über die Stammdaten hinausgehende Plandatenqualität, Begleitdokumentationen und die Ergänzung von Ersatzteilkatalogen. Open Data Pool und Open Data Check sollen dabei die gleiche Datenqualität erhalten. Zudem soll eine Projektgruppe mit Vertretern aus Handwerk, Großhandel und Softwareanbietern etabliert werden. Delabie hat zum ersten Mal ein Designmagazin herausgebracht. »Trends bei Delabie«, so der Name, richtet sich an SHK-Planer und Ausführende, sowie an Architekten und ganz allgemein an alle, die sich für Design begeistern. Mit dem Magazin will Delabie beweisen, dass es möglich ist, ansprechende Sanitärinstallationen zu schaffen. So gibt es zum Beispiel Berichte über große architektonische Projekte auf der ganzen Welt, denn Delabie-Produkte sind in mehr als 90 Ländern installiert. Die Leser finden im Magazin außerdem Trendguides, Interviews mit renommierten Designern und Architekten, sowie einige Montagebeispiele der schönsten Delabie-Produkte. Unter der eingeblendeten Adresse ist das Magazin online abrufbar. Das Rot-Familien-Unternehmen eröffnete einen neuen 4.300 Quadratmeter großen Gebäudekomplex mit Lager und Verwaltung in Dänemark. Zusammen mit den rund 100 Mitarbeitern feierte die Unternehmerfamilie die Eröffnung. Der Grund der Erweiterung sei die steigende Nachfrage in den nordeuropäischen Ländern und anhaltendes Wachstum von Rot-North-Europe. Von dem Standort werden neben Dänemark die Märkte Norwegen, Schweden, Finnland, Baltikum und Großbritannien beliefert. Das Förderprogramm für den Austausch alter elektrischer Durchlauferhitzer gegen moderne vollelektronische Geräte wird verlängert. Bis Ende 2021 werden weitere 4.000 Geräte bezuschusst. Wer sich die Förderung sichern möchte, muss sich vor der Installation des Gerätes auf der entsprechenden Website registrieren. Dort finden Interessierte auch einen Überblick über die förderfähigen Geräte sowie eine Handwerkersuche. Denn die Prämie gibt es nur, wenn der Austausch von einem Fachbetrieb durchgeführt, eine Handwerkerrechnung eingereicht und die Entsorgung dokumentiert wird. Die Wuppertaler Verbundgruppe EDE hat eine neue Nachhaltigkeitswebsite ins Leben gerufen. Unter www.ede-nachhaltigkeit.de gibt sie einen umfassenden Überblick zu Entwicklungen und Projekten ihrer wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung. Die neue Website löst den bisher im Zwei-Jahres-Rhythmus veröffentlichten, gedruckten Nachhaltigkeitsbericht des Familienunternehmens ab. Ziel ist es, das Wirtschaften und Handeln des EDE transparent zu machen. So erfährt man zum Beispiel, dass das Unternehmen kürzlich nachhaltige Verpackungen in der eigenen Kantine eingeführt und auf klimaneutralen Strom und Ökogas umgestellt hat. Das waren die SRK TV Nachrichten. Morgen stellen wir Ihnen ein neues Produkt im Blickpunkt vor und nächste Woche melden wir uns dann mit neuen Sendungen zurück. Ihnen schon mal jetzt ein schönes Wochenende und bis dann! Das war die SRK TV Nachrichten.